Hallo Leute, wir haben hier heute wieder die Halle voll. Hier steht ein brandneuer Affinity-Modelljahr 2022. Aber wir wollen euch heute mal den Pössl zeigen. Wir hatten zu dem Pössl schon mal ein Video gemacht. Das ist ein Summit Prime 540, der kurze, und zwar basierend auf dem Ducato 8. Der hat jetzt die allerneueste Maschine. Eisengrau und für viele ja ein super Auto, weil man damit überall einen Parkplatz und so bekommt. Und die Kunden haben sich entschieden und haben gesagt, Leute, da haben wir so lange drauf gewartet. Ducato 8 mit dem neuen Fiat-Schriftzug Power. Ich mache den jetzt nochmal von drinnen auf. Und natürlich Pandora, das Auto ist jetzt geadelt. Ach, guck mal, die Zentralverlegen ist noch zu. Hier ist die ganz coole Fernbedienung. Da ist nämlich eine Pandora Camper Pro drin. So, das ist, weil wir die Standlichter angemacht haben. 560 Kilometer hat dieses Auto runter. So, dann haben wir hier große Automatik. Ja, ist gut, ich mache mal eben kurz das Licht aus. So, dann haben wir hier vorne ein kleines Radio drin von Kenwood. Na, schön, schön. Naja, diese Kopfstützen. Oben das Licht integriert in dem Rahmen von der Dachluke. Vorne dieses Skyroof. Da haben die ja irgendwie ein Patent oder einen Namen drauf. Und ein sehr schönes, kompaktes Fahrzeug. Die neuen Türen. Ja, ich kann das auch nochmal anmachen. Ich weiß, das wollen wieder einige sehen. Wie sieht das aus, wenn der hier startet? Schlüssel rein. So, Cockpit. Zeig dich mal. Tada! Und dann geht er an und dann machen wir wieder aus. Na, kann man umschalten. Start-Stopp-Automatik. Und hier die neuen Lüftungsdüsen. Ja, und das Lenkrad, da brauchen wir nicht drüber reden. Das haben die echt schön gemacht. Das sieht wirklich toll aus heute. So, nochmal reingucken. Und dann nochmal ganz kurz Bedienung. Volles Bild. So sieht er aus. Sehr kleine. Obwohl er ja gar nicht so klein ist. Echt schick. Fiat. So. Und hier muss ich wieder aufmachen. Hinteren Bereich. Genau, wenn wir mich jetzt als Besonderes auch den hinteren Bereich können wir einfach mal absteuern bei diesen Fahrzeugen. Und hier ist eine Besonderheit. Die Tür geht nämlich nur relativ schmal auf. Weil hinten ist eine kleine Scheibe. Und wenn das zu weit nach hinten gehen würde, dann kann diese Scheibe abbrechen. Darum haben die das so gemacht, dass hier wirklich eine Bremse ist. Und man muss jetzt hier einsteigen in das Fahrzeug. Kompakte kleine Dusche. Kompaktes kleines Bett. Dachluke. Wie ihr seht, weiße sind die Sensoren. Das ist also unser Sensor, unser Dachsensor für der Pandora. Am Fenster drüben der schwarze Sensor Pandora. Ja, und wer sich mit dem Auto jetzt anlegt als Dieb, der kriegt so dermaßen einen auf die Finger. Einmal rumdrücken. Alarmanlage ist freigeschaltet. Schloss ist offen. Ich drücke hier einmal drauf. Auto ist jetzt geschärft. Zentralverriegung ist zugegangen. Hier ist alles aktiviert. Alles stabklar bei dem Fahrzeug. In dem Moment, wo ich jetzt den Wagen ärger, schlage, trete, hier irgendwas mache. Ich gebe ihm jetzt hier mal. Reicht schon. Fertig. So, Voralarm ausgelöst. Wenn ich ihn stärker schlage, hier mehr Programm mache. Alarmanlage voll ausgelöst. Meldung. Schocksensor ausgelöst. So, ich breche das ab. Und im Hintergrund wird auch noch mal eine Alarmanlage getestet. Ich mache nochmal Panik-Alarm an. Hört euch. Fliege haben die Ohren weg. So, Panik-Alarm geht auch. Wenn ihr die beiden oberen Knöpfe kurz reindrückt. So. Ja, das waren jetzt alle Funktionen. Haben wir euch gezeigt. Also, das ist der ganz aktuelle Summit Prime 2022. 5,40 Meter. Wenn euch das Thema Alarmanlagen interessiert, dann meldet euch bitte unter www.kampfwurst.de slash kontakt bei uns. Wir haben hier vorne als Besonderheit noch einen Lora-Pager. Und der blinkt jetzt rot, wenn die Alarmanlage scharf ist. Habt ihr sonst Fragen? Canfwurst.de slash kontakt. Oder ihr ruft mal an unter Canfwurst.de. Im unteren Bereich findet ihr die Telefonnummer. Das war Sven von Canfwurst. Habt eine gute Zeit und bis bald. Jetzt hier alles verbaut, was Rang und Namen hat im Bereich der Alarmtechnik. Bitte lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen. Das ist das beste und modernste Alarmsystem, was es auf dem Markt gibt. Nehmt uns beim Wort. Ruft uns an. Wir erklären euch das gerne, warum. Oder ihr schaut mal die Videos. Ist eigentlich selbsterklärend. Schock, Neigung, Bluetooth 5.0, 4G LTE-Unterstützung, dass ihr auch in der Schweiz, in den Niederlanden, überall noch zukunftssicher unterwegs seid. Echtzeitordnung, Echtzeit-Telemetrie. Eine wirkliche App, die über Datendienst steuern kann, wo Protokolle gespeichert werden. Ihr könnt eure Sensoren einstellen. Ihr könnt offene Fenster, angeklappte Fenster überwachen. Ihr habt eine Startsperre. Ihr habt die beste Fernbedienung. Das ist eine OLED-Fernbedienung mit Batterie, mit Vibration. Das ist Pandora Camper V2. Wir sind die Spezialisten. Wir bauen den ganzen Tag diese Anlagen in Fahrzeuge ein. Wenn euch sowas interessiert, canfwurst.de slash kontakt. Füllt das Kontaktformular aus. Kommt gerne mit uns in Verbindung. Habt ihr sonst eine Frage, unter canfwurst.de findet ihr unsere Telefonnummer. Wir haben den standardmäßigen, ganz normalen, ganz neuen Schlüssel. Ich finde, der ist echt gut gelungen. Der sieht mal richtig nett aus gegen den alten Plastikschlüssel, den die gehabt haben. Wir können das Fahrzeug normal verriegeln. Wir können das Fahrzeug hinten öffnen. Wir können das Fahrzeug komplett schließen. Zur Sicherheit, neben dem Fiat-Schlüssel kommt jetzt eben die Besonderheit dazu. Wir haben einen Pandora DI-030-Funk-Schlüssel-Token, 128-bit verschlüsselt, Bluetooth-Basis. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist euer Teil, um euch auszuweisen, der zweite Faktor, damit das Fahrzeug bei euch bleibt. Ich habe oben einen USB-Anschluss. Ich kann den aufladen. Ich habe oben einen kleinen Knopf. Wenn ich da drauf drücke, geht das Display an und zeigt mir ganz wichtige Informationen, wie vorne ist ein Schloss-Symbol, Schloss offen heißt, Fahrzeug ist komplett entschärft. Alles ist aus. Ihr könnt euch an dem Fahrzeug quasi als Besitzer austoben, wie ihr wollt. Es wird keine Gegenwehr erfolgen. Ich mache den nochmal an. Der läuft so eine Sequenz durch, zeigt Motorraumtemperatur, Innenraumtemperatur, Uhrzeit an, wie voll die Batterie ist, dass er per Bluetooth verbunden ist. Und wie gesagt, das Wichtigste ist das Schloss. Die Bedienung ist ganz einfach. Wenn ihr euer Fahrzeug jetzt schärfen wollt und ihr lasst ihn stehen und sagt, der Wagen soll jetzt vollstens gesichert werden an der Straße, auf dem Campingplatz, vorm Supermarkt, wie auch immer. Den vorderen Knopf der Fernbedienung einmal kurz reindrücken. Zentralverregelung zu. Wir haben jetzt extra den Quittierungston noch angelassen. Das, sage ich mal, unterstützt ein bisschen, dass ihr immer hört, wie die Kommandos an der Anlage sind. Das können wir selbstverständlich rausprogrammieren, leiser programmieren. Die Anlage ist voll geschärft. Schocksensoren, Neigungssensoren, Anstoßsensor. Alle Türen überwacht, alle Fenster überwacht. Ich gebe dem Auto einen kleinen Schlag. Das Fahrzeug sagt, lasst das, Voralarm. Direkte Push-Mitteilung an den Besitzer. Dass das Fahrzeug an dieser Stelle im abgeschlossenen Modus einen Anschluss erfahren hat. Sagt der Dieb, du, ich mache jetzt hier trotzdem weiter. Ich trümmer jetzt hier mal was ein. So, Alarmanlage voll ausgelöst. Die Sirene mit 120 dB. PS332BT schreit hier wieder rum. Mir fliegen schon wieder die Ohren weg. Ich sage der Anlage, bitte, ich quittiere dich. Hör auf zu schreien. Es ist dermaßen laut. 128 Bit verschlüsselt. Kann ich der Anlage sagen, hör auf zu rufen. Telefon klingelt. Das Auto ruft gerade seinen Besitzer an und sagt Alarm. Ihr habt natürlich parallel dazu alle Meldungen und sowas schon erhalten. So, ich quittiere das. Ich bin beim Auto. Der Anruf hört sofort auf. Die Alarmanlage sagt mir, Schocksensor, Alarm und Warn Level. Beides ausgelöst. Und ihr wisst jetzt, was Sache ist. So, nächste Sache. Türen überwachen. Alarmanlage wieder scharf. System ist scharf. Alles klasse. Wenn also jemand versuchen würde, hier vorsichtig das Glas aufzuprökeln, hier reinzufassen. Wir haben die Scheibe natürlich nicht kaputt gemacht. Ich fasse da jetzt rein. So, in dem Moment, wo ich die Tür aufziehe, Alarm an. So, ich quittiere das wieder. Alarmanlage, ich bin beim Auto. Aus. Ihr hört Vibration, Ton. Dann haben wir hier oben in der Scheibe eine LED eingebaut. Wenn ich das System schärfe, fängt die LED oben an zu blinken. Das signalisiert im Dunkeln, dass das Fahrzeug maximal geschützt ist. Wenn ihr Rouleos zumacht, sieht man das nur draußen. So, jetzt haben wir das für die Kunden so programmiert. Das ist alles Standard. Wenn ihr von uns eine LED kriegt, kriegt ihr diese Programmierung. Wenn ihr sagt, du, ich sitze jetzt vorne in meinem Fahrzeug und ich möchte gerne rausgucken, mich stört das oben mit dem Licht, könnt ihr die Fernbedienung, den oberen Knopf zwei Sekunden festhalten, bis zwei Vibrationen erfolgen und dann schaltet sich das Licht aus. Die Alarmanlage ist weiterhin scharf. Eins, zwei. Licht ist aus, Alarmanlage ist weiterhin scharf. Jetzt nochmal die zweistufige, beziehungsweise dreistufige Entschärfung erklärt. Wir haben bei dem Fahrzeug jetzt die Möglichkeit, die Türen vorne und hinten unterschiedlich zu öffnen. Wir haben eine Steuerung eingebaut, dass wenn ihr das Fahrzeug abschließt, vorderen Knopf einmal drücken, Alarmanlage geht scharf, alle Türen sind zu, alle Zonen sind gesichert. Wenn ihr zum Fahrzeug kommt, drückt ihr einmal hinten drauf, die Alarmanlage entschärfen, die Türen sind aber noch zu, vorne und hinten. Erst wenn ich ein zweites Mal drücke, wird der vordere Zonenbereich jetzt sozusagen aufgemacht, die vorderen Türen, die hinteren bleiben aber komplett zu. Und wenn ich nochmal drücke, dann machen wir hinten den Bereich auf. Das ist jetzt neu, das geht jetzt mit dem Ducato 8, weil wir das selektiver ansteuern können. Also auch ein richtig tolles Feature. Wenn ihr im Fahrzeug seid, können wir den Home-Modus anmachen. Vorderen Knopf eine Sekunde festhalten, bis die Fernbedienung einmal vibriert. Haus und Schloss. Haus und Schloss heißt, wir haben Schock und Neigung abgeschaltet. Wenn also jemand jetzt das Auto hier durch Bewegung, sag ich mal, innen drin bewegen möchte oder tut, passiert bei dem Fahrzeug nichts. Die Fenster sind aber gesichert und die Hülle ist gesichert. Also wenn nachts hier einer versuchen wollen würde, ins Fahrzeug einzusteigen, ich tue jetzt wieder so, als wenn die Scheibe kaputt gemacht worden ist und öffnet die Beifahrertür, ziehe Alarmanlage sofort an. Ich entschärfe das wieder, ich drücke hinten wieder drauf, Alarmanlage wieder entschärft und entsprechend quittiert vom Besitzer. Das heißt, es kommt keiner nachts zu euch ins Fahrzeug und kann euch da irgendwie die Träume stören. Wir haben jetzt mal ein Fenster vorbereitet und das angeklappt. Wir sind ja bei der Pandora auch in der Lage, angeklappte Fenster zu überwachen. Ich schalte wieder in den Home-Modus, vorderen Knopf eine Sekunde festhalten. Das System verriegelt. Haus und Schloss. Wir haben eine Zone geöffnet, die Alarmanlage ist damit zufrieden und nimmt jetzt dieses Fenster in die Alarmierung mit auf. Wenn hier jemand an dem Fenster was macht, dann löst die Alarmanlage sofort aus, wenn das bewegt, geschlagen wird. Das gleiche natürlich auch. Ich quittiere das nochmal, macht die Alarmanlage aus. Die reagiert auch auf Schläge. Alarmanlage scharf schalten. Gute zehn Sekunden warten, bis die Sensoren sich eingemessen haben. Die Position wissen, wie sie jetzt stehen. Und dann melden die sich ja bei der Alarmanlage, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Jeder Sensor hat eine eigene Nummer. Das heißt, Sensor 3 meldet jetzt nach vorne. Es gibt ein Problem am Fenster. Sensor 3. Ich ärgere das Ding. Das war's. Einmal auf die Scheibe hauen. Die Alarmanlage ist ausgelöst. Das ist der richtige Weg heute, um so ein Fahrzeug in der Klasse abzusichern. Der Schutz der Pandora wird dadurch sichergestellt, dass wir eine Wegfahrsperre zusätzlich einbauen. Jedes Mal, wenn Alarm ausgelöst wird, ist das Starten des Fahrzeugs nichts mehr möglich. Auch nicht mehr mit dem Originalschlüssel. Das Fahrzeug muss entschärft werden. Und es muss bei Zündung an der Token im Fahrzeug sein. Wir werden das später auch nochmal kurz einblenden. Es ist nicht möglich, das Fahrzeug mit geschärfter Alarmanlage zu starten. Die Pandora überwacht übrigens auch eure Batterie. Die Vorderwagenbatterie wird überwacht. Wenn die einen Schwellwert unterschreitet, bekommt ihr eine Meldung. SMS, bitte Batterie vom Fahrzeug quasi laden. Wenn ihr das mehrere Tage nicht macht, kriegt ihr immer wieder eine Erinnerung. Bis zum letzten Mal euch die Anlage einmalig noch anruft und sagt Power Off. Sie schaltet jetzt ab. Sie gibt den Schutz quasi des Fahrzeugs auf, weil sie es nicht mehr sicherstellen kann. Die Batterie ist leer. Die Sirene wird dann anfangen, Wahnsinnsalarm zu machen, weil sie auch sagt, die Spannung ist weg. Die Sirene, die Alarmanlage ist verschwunden. Hier stimmt was nicht. Also das Fahrzeug schützt sich sozusagen bis zum letzten Atemzug mit dem System. Die Wegfahrsperre nochmal in Aktion. Aktuell ist das System nicht geschärft. Ich werde jetzt schärfen mit offener Fahrradtür. Das System wird mir einen Ton geben und sagen, okay, es ist eine Zone offen. Das will ich ja in diesem Fall. Und in dem Moment, wo ich die Zündung anmache, die Zündung ist eine weitere Alarmzone, sagt das Alarmsystem sofort, wir lösen Alarm aus und wir unterbrechen den Start. Also, Alarmsystem schärfen. Das System hat gemeckert und sagt, Achtung, wir haben eine offene Zone, Fahrradtür. So, ich stecke den Schlüssel vom Fiat jetzt ins Schloss und fange an und versuche zu starten. In dem Moment, wo ich die Zündung anmache, geht das Fahrzeug in Alarm. Ich drehe weiter und will starten. Alarmanlage an. So, ich drehe. Fahrzeug geht nicht. Ich kann hier nicht starten. So, Schlüssel raus. Alarmanlage abschalten. Komplett deaktivieren. Sie wird jetzt meckern und mir sagen, dass wir einen Alarm auf Erzündung hatten, dass die Tür offen war. Alles richtig. Das ist ja auch passiert. So, Fahrer ist wieder an Bord. Alarmanlage ist entschärft. Token ist hier. Steckt wieder den Schlüssel ins Schloss. Wenn ich jetzt durch starte, dann geht das Fahrzeug sofort wieder an. Das ist die überlegenste Geschichte, sein Fahrzeug zu sichern. Keine Krallen, kein Krimskram. Es ist elektronisch gesichert. Und das Coolste ist, diese Sperre könnt ihr sogar elektronisch auslösen, wenn euch jemand einen Schlüssel klaut oder euch die Token abnimmt. Brutalerweise, was auch immer. Könnt ihr das Fahrzeug anrufen und legt das Fahrzeug still. Habt ihr in sowas Interesse? Canforce.de slash Kontakt oder ihr ruft mal an. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Das Canforce Team verabschiedet sich. Ciao. Das Canforce Team verabschiedet sich. 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 Das Canforce Team verabschiedet sich.